52 In the department store im Kaufhaus Shall we go to the department store? Gehen wir in ein Kaufhaus? Gehen wir in ein Kaufhaus? Ich muss Einkäufe machen. Ich will viel einkaufen. Wo sind die Büroartikel? Ich brauche Briefumschläge und Briefpapier. Ich brauche Briefumschläge und Briefpapier. Ich brauche Kulis und Filzstifte. Wo sind die Möbel? Wo sind die Möbel? I need a cupboard and a chest of drawers. Ich brauche einen Schrank und eine Kommode. I need a desk and a bookshelf. Ich brauche einen Schreibtisch und ein Regal. Where are the toys? Wo sind die Spielsachen? Wo sind die Spielsachen? I need a doll and a teddy bear. Ich brauche eine Puppe und einen teddy bear. Ich brauche eine Puppe und einen teddy bear. I need a football and a chess board. Ich brauche einen Fußball und ein Schachspiel. Ich brauche einen Fußball und ein Schachspiel. Where are the tools? Wo ist das Werkzeug? Wo ist das Werkzeug? I need a hammer and a pair of pliers. Ich brauche einen Hammer und eine Zange. I need a drill and a screwdriver. Ich brauche einen Bohrer und einen Schraubenzieher. Ich brauche einen Bohrer und einen Schraubenzieher. Where is the jewelry department? Wo ist der Schmuck? Wo ist der Schmuck? I need a chain and a bracelet. Ich brauche eine Kette und ein Armband. Ich brauche eine Kette und ein Armband. Ich brauche einen Ring und Ohrringe. Ich brauche einen Ring und Ohrringe. Ich brauche eine Kette. Ich brauche einen Ring. Vielen Dank.